Tschin, tschin, liebe ZDF-Neo-Freunde, hallo, liebe Silvesterfeiergemeinde. Der letzte Tag im Jahr ist heute der 31.12. und um 22.30 Uhr sitze ich hier gemeinsam mit Roger Willem. Wenn man sich dann überlegt, dass es hier schließlich eine Möglichkeit gibt, über etwas zu reden, was sie nicht sein könnte. Wer auch nur auf der Durchreise ist, denn um 23 Uhr hat er bereits den großen WDR 5-Jahresrückblick mit Anke Engelke. Vorher kommt er noch bei uns vorbei im Neo-Magazin um 22.30 Uhr in ZDF-Neo und ab 20.15 Uhr bereits in der Mediathek. Die letzte Sendung in der alten Kulisse, wir sagen heute Ade, bevor wir dann im kommenden Jahr im Hauptprogramm sind, im großen ZDF ab 5. Februar, Neo-Magazin Royale. Toller letzter Gast, er kann gut zuhören, er kann vor allen Dingen gut zuhören, das ist eine große Qualität. Hashtag des Abends übrigens, RUMS, RUMS ist der Hashtag des Abends. Schin, Schin, Prosit Neujahr. 2015 ist ein sehr guter Jahrgang.